Ja, ich habe ja neulich ein Video gemacht zur neuesten Remix-Aktion von Swatch. Ja, ich nenne das jeweils Remix-Aktion, wenn Sie Uhrenklassiker nehmen und die nochmal in Plastik neu aufleben lassen. Wobei eben das mit dem Plastik ist so eine Sache. Hat mir nämlich jemand geschrieben, der IPTV hat geschrieben, es sei doch gemein, wenn ich dieses Bio-Keramik als Plastik bezeichnen würde. Es sei nämlich was anderes und da ist mir aufgefallen, die Diskussion hatten wir ja neulich auch schon beim Test des Xperia-Handys. Da ist ja die Rückseite aus Glas mit so einer lustigen Oberflächenbearbeitung oder Struktur und es hat sich wirklich wie Plastik angefühlt. Und weil ich hier ja einfach die Geräte in die Hand nehme und sage, wie es sich anfühlt, nicht die Specs runterrasseln, weil Specs kann man ja selber lesen, haben sich danach viele beklagt. Aber wie kannst du das als Plastik bezeichnen? Es ist Glas. Ja, natürlich kann gut sein, dass es Glas ist. Es wird ja wohl auch Glas sein, wenn es Sony schreibt. Aber anfühlen tut es sich einfach nicht so. Und zurück zu den Swatch-Biokeramik-Sachen, die ja eben so eine Mischung aus, ich weiß nicht mehr, Rapsöl und Keramikresten und sowas sind. Ich habe mir dann gedacht, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist selber ausprobieren. Und auf dem Weg nach Amerika bin ich am Flughafen Zürich vorbeigekommen und habe mir dort erstens die neuen Blanc-Pass-Watch-Remixes angeguckt und zweitens jetzt endlich mal, endlich, endlich, endlich eine Moonswatch gekauft. Ja, ich habe mich entscheiden können, es ist die Pluto geworden und die schauen wir uns zusammen an und danach können wir dann auch ein bisschen über Biokeramik reden und wie es sich eben anfühlt. Weil das ist ja immer zweierlein. Wie fühlen sich Sachen an und wie sind sie hergestellt? Ja, ist immer ein bisschen Schein und Sein. Also mal schauen. Da war die Box sehr unaufgeregt. War übrigens lustig, als ich sie gekauft habe, hat sie schon gemeint, ja ganz viele Modelle hätten sie nicht mehr. Glücklicherweise hatten sie die, die ich wollte noch. Also, und die, die ich wollte, war, oh, das ist schön gemacht. Tada. Die hier. Ja, ich habe eine Schwäche für Bordorot. Darum habe ich mir auch ein Bordorotes iPhone gewünscht. Ist ja dann nicht gekommen. So. Was kriegt man da? Zettelchen. Ah, wo alle nochmal drin sind, falls man noch mehr kaufen möchte. Ah, die Quittung. Genau. Eine Anleitung. Wir brauchen sowas. Und die Uhr selbst. Willst du wohl rauskommen? So. Verpackung nach Pause. Da haben wir die Uhr. Was sofort auffällt, das Armband ist unglaublich stärkig. Ist da hinten schon ein bisschen verknittert. Aber das wird sowieso, wenn man es dann trägt. Und das ist ja auch die Innenseite, da fällt es nicht so aus. Oder nein, die falte danach nach außen. Ja, müssen wir dann schauen. Ich weiß nicht, was es für ein Material ist. Erinnert ein bisschen an dieses Apple Fine Woven, Feingewoben. Und auch irgendein Textil, was sehr, sehr fein ist. Fühlt sich aber eher wie Seide an. Nicht so wie Wildleder, was bei dem Apple Ding ist. Und was auch auffällt, die Uhr ist unglaublich leicht. Oh, und hat noch ein Plastik drauf. Pfui. Wie bei Samsung. Oh, aber dann. Ich muss dir mal diese Reflektionen anschauen. Also ich muss sagen, die ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Bin ich jetzt wirklich überrascht. Die Knöpfe sind ein bisschen friemelig, ehrlich gesagt. Ja, ich würde sagen, ich ziehe sie noch an. Und dann machen wir das Übliche, was wir in diesen Videos immer machen. Zeitsprung. Und dann melde ich mich wieder mit Alltagserfahrungen. Nein, wir machen hier ja, wenn es irgendwie geht, nicht nur Unboxings. Sondern eben auch Unboxings mit ersten Eindrücken. Kombiniert dann mit längerfristigen Eindrücken. Das ist wirklich ein lustiges Material. Erster Eindruck ist schon Plastik. Aber wenn man dran klopft. Ja, interessant. Muss ich mir da noch ein bisschen Gedanken machen. Das Gewicht deutet auf Plastik hin. Aber wenn man dran klopft, klingt es irgendwie ein bisschen anders. Sehr interessant. Übrigens, die Rückseite ist auch immer sehr schön, der Ohr. Zeigen wir die besser noch jetzt, weil die wird jetzt zwangsläufig verschmutzen. So, wie trägt man die jetzt? Nicht vermuten. Ja, gibt ja eigentlich nur... Ach, so macht man das. Ja, das geht wirklich ein bisschen streng hier unten. Aber? Dass man auch ja nicht überliest, dass es ein Speedmaster ist. Na, ich finde, die trägt sich wirklich sehr gut. Hätte ich nicht so lange warten müssen mit einem Kauf. Bin ich dem IPTV schon dankbar. Wegen ihm habe ich sie mir ja jetzt doch gekauft. Eigentlich wollte ich hier keine kaufen, aber... Bio-Keramik und IPTV sei Dank habe ich jetzt eine. Also, ich melde mich gleich wieder mit Eindrücken zur Moonswatch. Ja, und da bin ich wieder mit einem Fazit zur Moonswatch. Ja, ich habe sie jetzt fast einen Monat lang getragen und ich bin ein großer, großer Fan davon geworden. Anfangs fand ich sie ein bisschen zu leicht, zu plastikig. Ja, ich weiß Bio-Keramik, aber... Ah, ich wusste nicht so recht, ob das wirklich was wird, aber... Ich habe sie praktisch die ganze Zeit getragen und große Freude daran. Welche so eine schöne Uhr und sie trägt sich einfach ausgesprochen bequem. Ich habe ihr erst gedacht, ich kaufe sie mir mehr für ein Video, um ein bisschen Bio-Keramik anzugucken. Jetzt habe ich einfach unglaublich Freude an der Uhr. Ja, ich trage sie die ganze Zeit und es macht wirklich großen Spaß. Lustigerweise an der Meta-Konferenz in Kalifornien hat mich sogar jemand darauf angesprochen und gemeint, guck, er habe dieselbe und tatsächlich, er hatte auch die Pluto. Seine war aber schon arg zerkratzt und das leitet uns jetzt gleich über zu den Nachteilen, die mir im Alltag mit der Uhr aufgefallen sind. Man muss schon sehr, sehr vorsichtig sein mit der Uhr, weil, ja, das Glas ist ja eben kein Saphir-Glas, was ich mich gewohnt bin von den richtigen Omegas und anderen Uhren oder auch von der Apple Watch Ultra. Nein, es kann halt zerkratzen und da muss man schon sehr, sehr gut drauf aufpassen. Eben beim Kollegen aus Norwegen war die Uhr wirklich schon arg zerkratzt, was ein bisschen schade ist. Auch beim Wasser muss man aufpassen. Ich muss sie jetzt immer ablegen, wenn ich duschen gehe, weil sie hatte nur drei Bar Wasserdichtigkeit und reicht zum Händewaschen, aber für viel mehr reicht es eben nicht. Darum muss man da immer ein bisschen, ja, die Uhr muss man ein bisschen babysitten. Das bin ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so gewohnt, weil meine richtigen Omega Uhren und die Ultra, wie gesagt, da muss man nicht denken und aufpassen, dass man jetzt nichts macht, was man nicht machen sollte. Die kann man an den Strand mitnehmen, ins Meer, überall und hier muss man schon beim Duschen aufpassen. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Der andere Nachteil ist auch, mir ist zweimal das Armband abgefallen, wenn man ein bisschen irgendwie unter der Jacke oder am schweren Rucksack verhakt hat und es zieht daran dann eine, ja, ist zweimal das Armband aufgegangen, was nicht passieren sollte. Aber, apropos Armband, da habe ich ja gelästert, dass das Armband nicht so toll ist und so ein bisschen stärkig. Ich fand es anfangs auch sehr, sehr unbequem, das Armband. Und was ich aber gemacht habe, ist dasselbe, was ich bei der Apple Watch auch gemacht habe, bei den Klettverschlussarmbändern. Ich trage es einfach andersrum. Ich trage es jetzt nämlich so, dass das Ring-Dings ist auf der anderen Seite. Ja, ich habe es einfach mit einer Gabel, mit so einer Uhrenarmbänder-Wechselgabel, wie man es halt macht, habe ich das Armband umgedreht. Ich trage es jetzt umgekehrt und jetzt ist es viel bequemer, weil jetzt faltet es nach vorne weg. Dann kann man es viel bequemer tragen, anziehen und es ist wirklich sehr, sehr bequem. Ich dachte, ich wechsle sofort das Armband, habe ich bis jetzt nicht gemacht. Ich bin jetzt wirklich sehr zufrieden damit und es trägt sich wirklich sehr bequem. Dann, wo wir bei den Nachteilen sind, wie gesagt, wasserdicht ist nicht so ideal. Das Armband, wenn man es dreht, ist es viel, viel besser. Was mich halt immer stört bei den Swatch-Uhren, man kann nichts dagegen sagen, ist das Tick-Tack. Das Tick-Tack nervt einfach. Warum müssen die so laut Tick-Tack machen? Ja, ich habe mich daran gewöhnt, aber angenehm ist es immer noch nicht. Wo ich mich auch noch nicht so recht daran gewöhnt habe, ist die Ablesbarkeit. Ja, weil es halt ein Chronograph ist, ist es ein bisschen schwieriger abzulesen, als die simplen Taucheruhren, die ich mich gewohnt bin. So schön das Zifferblatt auch ist, mit den drei Augen und allem. Ich tue mich ein bisschen schwer, damit die Zeit abzulesen. Und im Dunkeln sowieso. Im Dunkeln, weil es halt nicht leuchtet im Dunkeln. Ich, mir ist erst bewusst geworden, wie nützlich das bei meinen anderen Uhren ist, weil ich es jetzt hier halt nicht mehr habe. Die ist im Dunkeln einfach dunkel und dann sieht man halt nichts. Ja, das ist auch noch ein Nachteil. Laufgeschrieben, ich muss mal schauen. Ich habe da so ein bisschen Protokoll geführt. Lesbarkeit, Dunkel, Tick-Tack, Armband. Das ist meine Test-Tage. Ich würde sagen, wir haben ziemlich alle Nachteile durch. Ansonsten ist es einfach wirklich eine unglaublich tolle Uhr. Klar, 250 Franken ist nicht wenig Geld, aber man kriegt dafür eine Uhr, die sich deutlich teurer anfühlt, als sie ist. Klar, man kann sich dafür auch, hat neulich jemand wieder auf Blue Sky, wo ich hier jetzt auch rumgeister, geschrieben. Man kann sich für dasselbe Geld auch eine tolle Seiko kaufen, mit Metall und allem. Das stimmt natürlich, aber ich wollte halt schon immer eine Bordeaux-Rote, Omega mit Speedmaster und all dem drum und dran. Und das ist genau die Uhr, die ich immer haben wollte. Und ich habe riesig Spaß daran. Und das mit dem Bio-Keramik, es fühlt sich ein bisschen anders an als Plastik, aber am Ende des Tages macht es nicht so einen Unterschied. Die Uhr ist einfach sehr, sehr leicht und darum sehr angenehm zu tragen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier zum großen Bio-Keramik-Fan geworden wäre. Nein, wenn ich wählen könnte, hätte ich sie immer noch lieber in Stahl gehabt. Aber ja, kommt jetzt immerhin der weißen Apple Watch, die ich nie gehabt habe, der Keramik-Apple Watch ein bisschen. Ja, von daher. Nein, wirklich eine gefreute Sache, diese Moons Watch. Gekauft als lustiges Testgerät und behalten als wirklich tolle Uhr, auf die man einfach ein bisschen aufpassen muss, weil sie halt, wie gesagt, nicht so robust ist wie meine anderen Uhren, die ich mich sonst gewohnt bin. So. Falls ihr noch Fragen habt zur Moons Watch, immer her damit. Ich beantworte die sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Falls ihr selber welche habt, unbedingt schreiben, was eure Erfahrungen damit sind. Manche haben geschrieben, die Knöpfe fallen ab. Ich weiß nicht, was man da falsch macht, dass die Knöpfe abfallen. Mir halten die auf jeden Fall alle noch bestens. Was als Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet. Dafür hätte Raphael seinen Urlaub nicht unterbrechen müssen. Ja, ich bin im Urlaub, Daumen nach unten. Nein, aber haben so viele Leute danach gefragt, habe ich gedacht, komm, setz dich schnell hin, erzähl ein bisschen von der Moons Watch und dann ist es auch wieder gut. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns. Ja, jetzt ist dann der Urlaub bald zu Ende, schon bald in viel, viel weiteren Videos. was ihr wisst... Bis dahin. Bis dahin.